Victor Papa Romeo, Traffic IR7 Mike, India Golf, 2-1, Taking-Off-Runway, 2-3, Departure, to the West. So, heute fliegen wir mal wieder in Vietnam. Von Victor Victor Papa Romeo Pan Rang nach Victor Victor Charlie Romeo Pan Rang. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wetter ist, wie es ist. Alle Hilfen sind deaktiviert. Diesmal ohne VR. Wieder mal das Stadtkort bei mir dann rum. Für die Navigation habe ich ein VR. Beim Zielflughafen hat er braucht man nicht. Waffensysteme braucht man nicht. Und das Nucleapenel brauchen wir auch nicht. So, dann haben wir das VR, das ist 1.13.5. Ist noch nicht aktiv. Na ja. Flaps passen. Trimmung passt. Und gib ihm. Und gib ihm. Nase hoch, abheben. Fahrrad rein. Fahrrad rein. Flaps rein. Lande Licht. Landescheinwerfer aus. So. Ich habe 1.16.5. Und da haben wir eine Peilung. Wunderbar. Der macht nur ein das. Boah. Das ist schon mal an. Ich habe 2.4. Aber es ist scheinbar. Okay. Und dann? Out of the load. 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 Dann haben wir uns mal die Landererlaubnis mit der Charlie-Romeo. Tower IR 7 Mike India Golf 2116 miles southwest 3000 feet to land. Tower IR 7 Mike India Golf 21 Tower. Altimeter 2 Niner Decimal 7 Niner Wind 181 at Niner. Fly Left Traffic Runway 2 0 Right. Make Left Down Wind Runway 2 0 Right IR 7 Mike India Golf 21. So, wir fliegen rechts am Flugplatz vorbei, dass wir ihn links haben. Links sehen können. Da ist er schon. So, die Flame haben jetzt noch eine Lange aufmarsch. So etwas holen sich. So, die Ecke an das行ken. So, wie sie heißt. Hier ist wieder hoch. So wie hier, wo die Ecke. So, die Ecke. Hier wird ein Problem gehen. Also, die zwei inneren Bahnen, das sind die Landebahnen, der äußeren nicht. Kann man mal verwechseln. So, dann tun wir mal die Kammes abwerfen. Die Geschwindigkeit von 100, dass ich jetzt so eine riesen Kurve mache. Dann machen wir mal die Grenzen. Die Flaps ganz raus. Die Flaps ganz raus. Die Flaps aus. Fahrwerk raus. Jetzt gehen wir auf 20. Also 200 Grad. Jetzt ziehen wir uns auf. So, jetzt ziehen wir mal. Flaps sind voll draußen, Fahrwerk ist draußen, Lichtkamera einschalten, Maschine ist 500 kmh, kann die Höhe halten, das ist gut. So, wir fliegen ein bisschen weiter, zu weit, ja genau, zu weit nach rechts, weil ich da eh noch weiter, wenn wir uns. IR7 Mike, India Golf, 21 Wind 181, at Niner. Cleared to land, runway 20 right. Cleared to land, runway 20 right, IR7 Mike, India Golf, 21. Ja. 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 Auf die Geschwindigkeit achten. Ja, die sinken zu schnell und jetzt geht die Geschwindigkeit noch nicht runter. So, wir versuchen das. Bremsfallschauen ab, Bremse raus und schauen, dass wir von der Landebahn runterkommen. Bremsfallschauen ab, Bremsfallschauen ab, Bremsfallschauen ab. Bremsfallschauen ab, Bremsfallschauen ab. auf 118.2 118.2 für IR7 Mike India Golf 2.1 Ground IR7 Mike India Golf 2.1 Request Taxi, to Parking IR7 Mike India Golf 2.1 Taxi, to General Aviation Parking, using Taxiway IR7 Mike India Golf 2.1 Na ja, schauen wir mal ob wir den Parkplatz finden Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Betrachte und r obviamente auch auf einem Vielen Dank. Das war's für heute. Cool.